Hallo, heute bin ich der Frühlingsreporter und jetzt schauen wir mal, wo wir überall den Frühling finden. Das sind zwei Vögel, die haben vorher Huhu gemacht. Schau mal hier, da sind überall Marienkäfer. Streiten die sich oder machen die da irgendwas? Geht das? Ja, ich weiß nicht mehr! Die wollen die in die Flüten kommt. Die haben die Flüten kommt из der Flüten, aber da ist sie Kuss. Die in die Flüten ist aber sicherlich da. Tja, ihr könnt ihr euch mal hier in die Flüten kommen. Sieht euch mal hier in die Flüten. Euch wird nicht wahr, wenn es ihr Kuss. Es wird nicht aufgeregt, sondern siehren und siehren. Und als nächstes Mal hier in die Flüten kommen. Und wenn ihr fertig seid, dann sind sie wirklich sehr schön schön, und siehren. Ja, ihr könnt ihr euch mal hier? Blumen gibt es auch schon. Hey, hier ist die gleiche noch mal ein Lila. Ey, die leuchten ja wie Gold. Hier ist noch eine Osterglocke. Fußball spielen kann man auch. Sport machen kann man auch. Wow, an dem Baum auch so viel war den Kälber. So, ich habe noch eine Osterglocke. So, ich bin der Kälber. So, ich bin der Kälber. So, ich bin der Kälber. Die will wohnen ja den ganzen Baum. Ihr seht, der Frühling kommt schon ein bisschen. Tschüss!